Udo Walz, warum engagieren Sie sich heute hier bei der Diabetesgabe? Weil ich selber Diabetiker bin und es ist immer wichtig, die Leute sind eigentlich beruhigt, wenn prominente Leute auch krankes Diabetes haben und ich kriege viele Zuschriften und die Leute wollen Ratschläge von mir. Ich gebe keine Ratschläge, ich sage nur, was ich mache. Deswegen engagiere ich mich. Und wichtig ist es, dass man den Kindern auch hilft. Und wie gesagt, wir sammeln Geld. Wie hat sich denn Ihr ganz normales Leben im Alltag durch Diabetes verändert? Mein ganzes normales Leben hat sich verändert, denn alles normal blieb. Ich esse nicht so viele Süßigkeiten und hoffe, wenig Kohlehydrate zu essen und mache Sport. Und das ist eben die Gefahr, dass man nicht unterzuckert. Und da muss ich eben den Leuten das erklären, warum und wieso, das mache ich gerne. Wir wollen ja alle länger leben.